Die Psyche hat eine unbeschreibliche Kraft. In weiten Teilen gänzlich unerforscht. Aber wenn sie richtig genutzt wird, sind die Möglichkeiten der Psyche unbeschreiblich. Was ist denn los? Na ja, meine Mutter. Hast du, ich habe versucht, ihr Brücken zu bauen? Aber du warst immer so ein zorniger, kleiner Kerl. Ich meine, ich habe ihn schon häufiger wütend erlebt, aber er kam mir vor wie komplett ausgewechselt. Menschen, die mit dir zu tun haben, sterben. Sie glauben, ich bin es gewesen, weil ich mit Spezialeffekten arbeite, oder? Was für ein Mensch tut so was? Du wärst überrascht, wozu wir Menschen in der Lage sind. Wir sind alle in großer Gefahr. Wir haben das Ding von alleine gelassen. Wir sind als Einzige fähig, es wieder einzufangen. Du verstehst das nicht. Ein Teil von mir wollte die beiden umbringen. Ja! Ja! ARD Text im Auftrag von Funk